schon wieder ein hai dann ja haifisch schlossensuppe insel eik links von uns links links ist dort ok und zwar ziemlich steil also muss ich ziemlich steil bewegen in die richtung ja immer mit dem jungen kannst du schon fisch köder machen also zum ablenken ich bin doch da habe ich bin noch beim angeln wir sehen die richtigen fische denn der haie ist ja wählerisch zum bonzen hei bestimmt mein paddel die radel ist kaputt ich sehe gerade dass ich das ist jetzt habe ich einmal ich habe einmal den richtigen fisch geht nicht mehr viel plaster du und dein plaster ja zu bereit wenn es mir fehlt dann fehlt es mir dann brauchst du nicht immer gleich alles du willst doch ein großes boot haben habe ich dir jetzt gesagt dass ich ein großes boot will ja arschloch ich bin auf der insel wir fehlen nur 13 und zwei finger keinem akrele das wederschöne heim ich habe eine kokosnuss wird die kokosnuss wird die kokosnuss geklaut ok ich höre auf mit singen meine axt ist kaputt schön was brauchst du für die jetzt schon wieder steine die sind auf dem boot oder für die nöchstens die möbel geklatscht oder für die verbesserten wäre beutzen haben wir nicht ja da brauchen wir erst mal den ofen weil du dafür ein metall ingit brauchst zum alern haben wir auch nicht steine habe ich gesagt oh ich kann köder machen willst du mal lachen wenn ich da wenn ich seile hätte ein stein zweiten stein seile habe ich gerade 20 stück hergestellt muss drüber kommen ne ich hab schon ok so schnell allen lehm und alles andere das ist wahrscheinlich ein stein ja den will ich jetzt einfach nicht so ich brauche zwei sand und zwei ton lot more so 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 die gute oder die schlechte nachricht die so 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 wie so 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 das Warte mal, die Bretter kann ich stacken? So, das ist überhaupt voll. Oh, ich hab da was schönes gefunden. Eine fette Muschel. Das da, herstellen. Ich will jetzt nicht negativ kriegen, aber ich wundere mich, dass der Heilig nicht angreift. Ha, Hex. Der Hexerei ab auf dem Teiterhaufen. Vielleicht bin ich einfach nur zu nah an der Insel, dass er mich nicht sieht. Der Blindfisch. Ich hör aber Möbel über mir. Es gibt zudem noch, weil wir das hier zum Erforschen auch für einiges brauchen. Ich geh einfach mal rum, falls du vielleicht was findest. Es gibt irgendwo noch explosives Pulver. Okay. Schmutz. Ähm, Honig. Oh, Honig. Honigwaben. Leder. Wolle. Also können wir auch wahrscheinlich Tiere. Ja, für Rüstung dann bestimmt. Ja gut. Ei ist klar, wie man es bekommt. Ja gut. Das war's eigentlich. Also Dachko, ich bin hier gerade nur unter Wasser die ganze Zeit am Abfahren. So lange wie der Dulli mich nie angreift, wird weiter gemacht. Ich hab schon 8 Sand. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber gut. Egal. Doch, Glas. Kannst du später bestimmt auch für Glas benutzen, benötigen, was auch immer. Oh ey, mich. Ich hasse diese Möwe. Aber ich frag mich jetzt selber, warum greift mich daheim nicht an? Ähm, hast du noch Andernachsamen? Ja, hab ich, glaube ich, im Inventar. Weil irgendwie kam da gerade keine Andernachsamen wieder raus. Kann ich dann gleich vorbei bringen, weil ich verdruste auch gleich. Um, um... 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 Um. 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 Das ist so schön. Also ich habe hier gleich oder ich habe hier bis auf die Erze alles abgefarmt. Okay, das ist klar. Wo ist das Boot dort? Du kannst ja mal versuchen ringsum das ganze Klasse und alles was da rumschwimmt einzusammeln. Weil ich das brauche. Hier waren die Erze. Das. 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 Da. Das. 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 ja in der kiste sind wir ein paar ärzte drin ich hab dir acht wo gehst du wieder weiterfahren der heil lässt mich doch in ruhe auch ne da kommt er jetzt auf immer an hier schwimmt noch ein bisschen loot auf dem wasser also hier hinten lässt mich der heil komplett in ruhe ich weiß nicht was falsch mit dem ist ich ja 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 gibt es hier eigentlich irgendeine möglichkeit so abwehrmechanismen zu bauen für das boot dass da nicht mehr ankommt so spikes oder sowas dass das nicht nur für dich habe ich gesehen gibt es eine lederrüstung also für uns aber ich glaube direkt für den high wird es nichts besseres als dieser pika geben es gibt noch ein stein pika da brauchst aber wieder mit teilbolzen ich dachte dass man das boot vielleicht irgendwie selten kann indem man das so als arzt bikes macht oder so glaube ich das ist nicht arg klar aber es wäre halt praktischer irgendwo ist der high noch bei dir ich arbeite mich sehr langsam gerade zum boot vor warum so langsam ich fahre mir unten jetzt alles ab was ich sehe egal ob was wir brauchen oder nicht und ich habe jetzt auch wieder so viel stein im gepäck also wir können schon mal dafür auch vorrat ein anker machen was sie noch nicht Ich so ganz verstehe, dieses komische Bee-Jar, also dieses Bienen-Ding, Bienenglas, oder erst mal, damit man überhaupt einen Bienenstock herstellen kann, aber dieses Bienenglas kann man nirgendswo herstellen. Dann kann man das bestimmt nur finden. Der Hai knabbert unser Boot an. Ich bin schon wieder, ich habe keine Seile mehr. Mein Dings ist gerade kaputt. Ich glaube, ich habe Blätter in die Kiste gelegt gehabt. Ja, habe ich gerade gesehen. Oh, hallo Hai, du Wichser. Na gut, ich habe erstmal alles Nötige, was jetzt noch wichtig war. Ganz kurz das hier snacken. Lindert den Durst und stillt den Hunger ein wenig. Also irgendwie muss man die Kokosnuss knacken können. Ja, vielleicht mit der Axt. Kannst du sie auf den Boden legen und mit der Axt draufhauen? Vielleicht reicht so ein simpler Gedanke schon. Nö. Okay. Ich kann die auch nirgendswo draufhauen. Irgendwie kriegt man das schon hin. Vielleicht wenn ich sie brate oder so. Gibt so wenig Sinn, aber könnte das sein. Oh, der Hai kommt. Arschloch. Mann, ich schmecke nie. Ich habe zähes Lederfleisch, du Wichser. Ja. Nur so als Nebeninfo. Ich glaube, wir hatten ein paar mehr Sammelnetze davor, oder? Eins weiß ich nicht. Eins ist kaputt gegangen, weil der Sperr nicht weg war. Ja, zwei Stück fehlen. Hm. Ja gut. Eins fällt. Ähm, wohin damit? Ich würde sagen, einfach mit Karpotzen kriegt er seine eigene Ecke hier. Da. Guck mal. Warte. Ja. Toll, da wollte ich gerade drauf zugreifen. So, das rein. Hier ist nochmal. Irgendwie sieht er in meiner Hand kleiner aus als dort. Ich höre ein Piepmatz. Sand, Stein. Hier ist kein Piepmatz. Ich habe so ein Vogelfieh gehört. Ja, das ist hier ein Piepmatz. So, was brauchen wir? Seil und Nägel. Boah, ich habe schon wieder Hunger, ey, ernsthaft. Und da haben wir eigentlich zurzeit gute Unterkontrolle. Aber ich schau dir mal da oben an. Holz und Seil. So groß ist mein Gehirn. Hast du noch Blätter, zufälligerweise? Ne. Scheiße. Auch keine Seile. Ich brauche noch vier Seile. Dann kann ich das letzte Netz machen. Hennen. Irgendwie kann man da Tiere fangen. Also es gibt hier freilaufende Tiere. So, wir fahren erstmal weiter. Ich brauche Blätter. Ähm. Ah. Tada. Einen mitteilbaren. Hier. Kannst du erforschen. Ich glaube, da müsste jetzt eine Menge bei rum kommen. Ähm. Mitteilbar. Oh Gott. Es. Sweepnet. Useful for Shading Bugs. Ach. Fliegenfänger. Ähm. Steinpfeil. Nein. Da. Piepmatz auf Feld. Schon weg. Hi am Boot. Ja. Ich kann grad nicht. Äh. Hä? Hallo? Ja. Damit wir bessere Sperre machen können und ein bisschen was anderes gutes Zeug. Hattest du nicht eine große Muschel gefangen? Ich hab sogar zwei. Ich will ja so. So ein Vogelnest. Dafür brauche ich ja Blätter. Ach so. Da hat immer noch keiner. Äh. Ich bin gerade... Ich bin gerade... Holz. Holz ist bei mir gerade das Problem. Müssen 20 Stück eigentlich in Dings sein. Habe ich schon eingesammelt. Habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon. Okay. Ich hab schon. Der Ofen frisst halt so viel. Äh. Ach. Damit mit der Schaufel kannst du anscheinend auf irgendwie Schmutz sammeln. Guck mal. Piep mal das Netz. Wo denn? Hinten bei der Katze. Ja. Siehst du es? Ach so. Da dürfen wir nicht so nah einmal ran. Ja. Hä? Na klar siehs. Eikiel mit. Also oben rechts sitzt. Damit müssten wir doch einen stationären Anker. Also ein Anker den wir immer wieder benutzen können. Haben oder? Oh ne? Oder bin ich gerade auf die Fall? Hier die brütet. Die brütet. Ja. Abschießen oder töten. Wenn die brütet haben wir noch den zweiten Vogel. Ähm ich will Eier. Nicht den Vogel. Naja, aber wenn sie die Eier ausbrütet, ist ein neuer Vogel da. Nein, das passiert nicht, Eik. Ich sehe die da ganz sicher. Ganz sicher nicht, aber ziemlich sicher. Ist das deine Insel? Oder täusche ich mich? Was, wie, wo? Das ist ne Insel. Ich hab gebadelt. Ja, aber das fasst du oder das ne? Ja, zur Zeit habe ich es nicht so eilig, auf ne Insel zu kommen, ehrlich gesagt. Wir haben alles von den Inselnrand voll, abgesehen, dass die Karte verhungert. Dann! Krönchenkeule. Unverdurstete. Danke dafür. Kann mir halt jemand mal verraten, ab wann... Ab wann? Ob die fertig... Fliegt die da wieder weg? Keine Ahnung. Die fertig ist mit dem Eilegen. Ob die da wieder abhaut, wegfliegt? Das weiß ich nicht. Da bin ich überfragt. Ich bin kein Vogel-Experte. Irgendwie kommen gerade ziemlich viele Fässer an, Mike. Das Problem ist, mein Haken ist Schrott. Und da hab ich einen neuen. Zweite Möwe. Eine brütet, eine... Na ja, wenn ich noch ein bisschen Ressourcen hab, dann könnte ich noch ein zweites machen. Ich hab, wie gesagt, noch eine zweite Muschel. Ich glaub, eins reicht aber auch ehrlich gesagt erst, oder? Könnten wir auch versuchen, ein bisschen höher zu bauen? Ey, ernsthaft? Alter. Da hinten ist der Hai. Nein! Scheiß Hai. Hast du schon. Äh, Darko, ich kann an der Möwe vorbeilaufen. Die bleibt sitzen. Oder auch nicht. Bei mir ist die jetzt sitzen geblieben. Wenn du zu nah rangehst, haut sie ab. Ich brauch so... Oh... Ich brauch so ein Metall-Teil. Metall was Teil? Äh... Ja, so eine Metallbahn. Ach so. Hier. Danke. Ähm, stimmt. Das wollte ich erst mal machen. Den da wollte ich bauen, genau. Weil damit haben wir dann absolut keine Essensprobleme mehr. Äh, wo muss ich denn jetzt hin hier? Äh, wo muss ich denn jetzt hin hier? Ach du Katastrophe. Haust du ab? Seil... Guck mal, Alk. Hehehe, geil. Äh, hier schwimmen die ganze Zeit... Da brauchst du zwei Metallbahnen und einen Bolzen. Da brauchst du zwei Metallbahnen und einen Bolzen. Also... Braucht man schon gut was. Das dauert halt immer ziemlich lange, bis so eine Metallbahn geschmolzen ist. Gibt's nicht noch einen verbesserten Ofen? Ähm... Oh, Insel! Fast voraus. Nope. Das heißt, wenn wir an der Insel anlegen... Ja, willst du ran oder willst du da hin? Ich will da hin, weil dann kann ich an der Insel die, ähm, Dings bänden. Und wir können auch ein bisschen was fahren, weil wenn wir... Okay. Wenn du jetzt überlegst, wir brauchen jetzt so und so viel für, ähm, einen Speer. Brauchst du zwei oder drei Metallbahnen. Das ist eine Teilbahn. Eik? Ja. Guck dir mal hier auf dem Grill. Ich würd' sagen, das ist ein Fisch, oder? Moment, ich will erstmal jetzt zur Insel. Das ist jetzt für mich offiziell ein Fisch. Für mich diese kleinen und andere Dinger. Kannst du mal bitte weitermachen? Ich muss erstmal essen und trinken. Das geht grad gar nicht bei mir. Irgendwie ist die Insel ziemlich steil. Ja, egal. Du lootest unter Wasser. Ich loot die Insel wieder. Essen. Wie denn? Ich hab keinen Köder. Und ich glaub nicht, dass wir zweimal das Glück haben, dass der Hai so blöd ist. Unterbrech kurz. Oh, Möwe. Oh cool. Möwe wird sogar nochmal getötet. Wirfst du erstmal den Anker bitte? Ja? Jetzt? Ja, mach. Jetzt kannst du hier auch ganz in Ruhe erstmal unterm Boot abfahren. Da ist ja nix dabei. Ich würde sagen, das mache ich später erst in Ende. Ja, ich schnull schlute jetzt noch die Insel hier ganz in Ruhe. Ach cool, von dem Fisch, äh, den großen Fisch kann man mehrmals essen. Na dann, Meister Koch. Ich hab schon wieder ne Möwe gekillt. Ich hab schon wieder ne Möwe gekillt. Das ist gut, denn bei mir wird's mittlerweile knapp mit Essen und Trinken. Also die Leisten. Äh, die ganze Kiste ist noch voll. Ja, ich... ...tun mir ja auch nicht hier tausend Sachen einstecken. Ich auch nicht. Ich sag's mir, dass die vorliegt. Aber ich bring gut Blätter wieder mit. So, ähm, das wollte ich noch testen. Genau. Äh, hier oben ist ne Kiste. Wie man auf nem Raft findet. Ja, gerade gibt's ja überall, wenn man mal wieder auf Binnen sind. Oh, wie ich immer wieder O drücke, wenn ich ins Menü will, ey. Das nervt. Woher kommt das eigentlich? In welchem Spiel drückst du O für's Menü? Ne, I. Und das O ist ja direkt daneben. Achso. Äh, du kannst auch E für's Inventar drücken. Ne. Es ist I für's Inventar. Dann hast du das bei dir vielleicht nur so eingestellt. Achso, ne. Ich switche einfach, wenn ich auf ne Kiste drücke, einfach im Inventar immer hin und her. Daher kommt das. Okay. Holz. Ein bisschen Stein und ein Rezept. Dreimal darfst du raten, was, äh, man kochen kann. So, na gut, äh, ich perd jetzt erstmal die Folge. Ja. 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 Ja.